Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 26 und zwar für die Handelstage vom 25.06. bis 29.06.2018. Heute mit den Märkten DAX, S&P, Euro, Gold und ein kurzer Blick am Ende noch auf die Ölsorte WTI, wo ja am Freitag die OPEC entschieden hat, die Fördermenge dann doch wieder zu erhöhen. Der Ölpreis doch etwas stärker nach oben gesprungen ist, das schauen wir uns hier an. Vorab wieder der Hinweis, schaut euch hier auf dem Video darunter in der Videobeschreibung an. Wenn euch bestimmte Märkte nur interessieren, könnt ihr nach unten scrollen, hier unten auf mehr klicken und dann stehen hier unten die entsprechenden Märkte, die hier in der Wochenanalyse besprochen werden und wenn ihr dann zum Beispiel nur den EURUSDollar euch anhören wollt oder eben nur Gold anhören wollt, dann könnt ihr hier auf die entsprechende Zeit klicken und dann kommt ihr im Video direkt zu dieser entsprechenden Stelle, wo es dann speziell zu dem entsprechenden Markt geht. Bevor wir starten, dann auch der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, also hier nicht zu große Positionen handelt entsprechend zu eurem Konto, dass ihr all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten habt, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem Trading und zusätzlich zu euren eigenen Gedanken natürlich. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Wir switchen auch vorab noch mal kurz auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche. Hier kommt erst mal Montag und Dienstag nichts Nennenswertes raus. Ich schaue ja immer auf der Seite von Finanzen.net nach, sortiere mir das dann nach hoher Relevanz und dann zeigt mir hier die Software oder die Internetseite, dass am Mittwoch für den britischen Fund eventuell hier noch mal wichtige Sachen kommen. Neuseeländischer Dollar vielleicht am Mittwoch, aber für unseren DAX, für den S&P und Co. könnte es Donnerstag harmonisierter Verbraucherpreisindex oder Kernausgaben für den persönlichen Konsum. Am Freitag dann auch noch mal EU-Verbraucherpreisindex bzw. hier der PCE-Kerndeflator. Da könnte es auch noch mal gegebenenfalls zu Bewegungen kommen. Aber so wie es bei der FED-Entscheidung bzw. vielmehr bei der EZB-Entscheidung vorletzte Woche war, dass hier wirklich jetzt extreme Kursbewegungen aufkommen. Damit rechne ich für die kommende Handelswoche hier bedingt durch die Wirtschaftszahlen erst mal nicht. Und wir starten. Ich ziehe die Zahlen raus aus dem Bildschirm mit dem DAX. Wie gewohnt blicken hier auf die vergangene Handelswoche? Der Markt doch relativ stark unter Druck gekommen. Wir waren ja erst mal hier oben in diesem Bereich noch long tendierend unterwegs. Der Gedanke war, dass der Markt, wenn er sich hier oben halten kann, oberhalb des 13.000er-Bereiches, dass er durchaus eine realistische Chance hat, die Hochs im Bereich 13.200 nach oben zu durchschreiten und die Long-Seite dann entsprechend weiter aufnimmt. Relativ zügig direkt ab Start der Handelswoche war hier aber klar, dass der Markt auf der Abwärtsseite drückt. Wir haben dann wichtige Unterstützungsniveaus 12.800 bzw. vorher noch 12.850 nach oben durchschreiten können, sind dann auch in diesen Kernunterstützungsbereich 12.600 hier gerutscht und haben dann infolgedessen sogar noch den Rutsch weiter tiefer geschafft. In den Bereich 450 haben im Hoch ungefähr 550 Punkte schon mal abgeben können, haben uns dann zum Freitag noch mal leicht erholen können. Aber hier fangen wir dann auch schon an, uns Gedanken zu machen für die kommende Handelswoche. Denn, ich zeichne es mal ein, grundlegend war es ja so, dass der Markt aufwärts tendierend war, auch übergeordnet der Markt hier aufwärts tendierend war. Dann hatten wir schon mal in den Bereich 600 hier eine kleine Konsolidierung, ist der Markt aber hier hängen geblieben, konnte nochmals Stärke finden. Diese Stärke, vorletzte Handelswoche, schaffte es aber nicht, über diesen 13.200er Bereich zu laufen, denn war eigentlich erst mal noch der Rücklauf hier gar nicht so schlimm für die Aufwärtsseite. Es hätte durchaus sein können, dass wir hier in diesem Unterstützungsniveau dann entsprechend nochmals reagieren und weiter nach oben laufen. Wir wissen mittlerweile, dass das dann nicht so funktioniert hat. Der Markt weiter nach unten lief und jetzt wurde es schon immer klarer für die Abwärtsseite. Und vor allem, jetzt wichtig für die kommende Handelswoche, haben wir dieses Unterstützungsniveau um die Marke von 600, was hauptsächlich auch hier aus dem Bereich von in etwa Mitte April kommt, dieses letzte hoch. Diesen Bereich haben wir jetzt nach unten durchschritten. Und das ist eigentlich auch charttechnisch, wie ich hier eingezeichnet habe, dieses letzte Tief hier unten, wo wir jetzt drunter hängen. Charttechnisch nicht mehr so schön. Somit sind wir jetzt hier mit dem Schlusskursbereich, mit dem Bereich, in dem wir uns hier aktuell befinden, wirklich in einer entscheidenden Situation. Da kann es natürlich sofort weiter nach unten gehen. Also sollten wir auch den Abwärtsbereich weiterhin im Kopf haben, im Hinterkopf haben, denn es kann ja relativ zügig... Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Es kann jetzt relativ zügig abwärts weiter mit Momentum in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus 350 gehen. Das ist dann hier dieser Bereich, dieser letzten Tiefs hier unten. Da sehen wir, wie ich es eingezeichnet habe. Wir sehen hier auch, dass so ein bisschen Unterstützung reinkommt. Also Schlusskursbereich, beziehungsweise knapp darunter, so in etwa so 530, 540. Das ist jetzt zwar ganz knapp nur oberhalb des Schlusskurses vom Freitag, aber hier ist erstmal auch kurzfristiger Natur, wer hier im Daytrading unterwegs ist. Wir besprechen, dass er dann auch täglich immer in den entsprechenden Livestreams, DAX Long oder Short oder US Opening Bell am Nachmittag. Also wenn der DAX hier sofort wieder Schwäche zeigt, dann würde ich persönlich auch erstmal weiterhin auf die Abwärtsseite setzen. Übergeordnet ist aber eine weitere Erholung ebenfalls denkbar und ebenfalls möglich. Also so fahren wir hier erstmal wieder anfangen runter zu rutschen unter den Bereich die Abwärtsseite. Ansonsten ist es auch denkbar, dass wir uns nochmals hier leicht erholen. Denn wenn wir uns die vergangene Handelswoche anschauen, diese starke Abwärtsbewegung vom Hoch fast 200 hinab in den 450er Bereich, dann ist das natürlich eine sehr, sehr starke Bewegung, die jetzt aus charttechnischer Sicht auch gerne erstmal nochmal etwas durch eine Erholung zurückerobert werden könnte, um dann aus diesem Bereich übergeordnet erneut die Abwärtsseite eventuell aufzunehmen. Und das ist hier in etwa der 800er Bereich, der jetzt übergeordnet wichtig wird. Also das zeichne ich mal ein. Das ist hier so in etwa dieser Bereich. Wenn der Markt also weiterhin erstmal kurzfristige Natur etwas stärker hat, sollten wir hier im 800er Bereich das nächste Mal vorsichtig sein. Bedeutet, wenn wir Montag, Dienstag weiterhin Stärke haben, oberhalb des Schlusskurses rangieren, oberhalb vielleicht dann auch der täglichen Eröffnungskurse, dann erstmal vorsichtig weiter, aber antizyklisch zur Kernabwärtsbewegung vorsichtig weiter die Aufwärtsseite. Bedeutet für mich, für mein Trading, dass ich etwas defensivere Einstiege suche, dass ich meine Positionsgröße gegebenenfalls hier bedingt durch die Marktbedingungen, wenn ich aufwärts handele, gegebenenfalls etwas kleiner wähle. Mit dem Gedanken, dass der Markt natürlich an jedem Widerstand sofort drehen kann. Ja, also wähle ich dann auch meine Ziele etwas konservativer, aber es kann durchaus sein, dass wir uns erstmal in den 800er Bereich bewegen und hier wird es dann interessant. Hier ist es dann wieder kriegsentscheidend. Wie verhält sich der Markt? Gegebenenfalls bin ich sogar mal gewillt hier, das müssen wir uns dann anschauen, in diesem Bereich dann mal einen Zwingtret aufzubauen mit verhältnismäßig kleinem Risiko. Denn eigentlich sollte der Markt, wenn er wirklich übergeordnet weiter schwach ist, hier gar nicht großartig durchlaufen, sondern reagieren, um dann hier eventuell erneut die Abwärtsseite aufzunehmen. Und hier würde mir ja schon ausreichen, wenn der Markt entsprechend hier nur in die Vorwochentiefs jetzt hier reinläuft, beziehungsweise vielleicht leicht runterdippt. Da hat man ja schon wirklich dann eine verhältnismäßig schöne Chance. Sollte der Markt über den 800er Bereich gehen, dann wird es erst mal wieder etwas klarer auf der Aufwärtsseite. Ja, dann ist eben hier dieser Bereich zurückerobert worden und dann ist es natürlich auch denkbar, dass wir neue Hochs ausbauen. Denn wir müssen, machen wir auch gleich auf den S&P schauen, auf die US-Märkte. Die sind nämlich nicht so schwach, wie es hier der DAX ist, beziehungsweise der S&P rangiert noch oberhalb eines sehr, sehr wichtigen Unterstützungsniveaus, was wir in der letzten Trading-Wochenanalyse uns auch angeschaut haben. Also von der Warte aus ist hier erst mal noch, zumindest von den USA-Märkten, von den US-Märkten mit Stärke zu rechnen, aus aktueller Sicht. Somit ist hier dieser Erholungscharakter erst mal in Richtung 800, gar nicht so weit entfernt. Also das kann durchaus stattfinden. Wie gesagt, diese große Abwärtsbewegung, wenn man die hier, wenn der Markt diese zu 50 Prozent, wer hier mit Fibonacci Retracements arbeitet, wenn diese zu 50 Prozent zurückerobert werden oder zurückerobert wird, diese Abwärtsbewegung, dann kann hier natürlich Reaktion stattfinden. Somit haben wir hier erst mal das übergeordnete Bild und danach richte ich mich jetzt dann auch in meinem Daytrading. Entsprechend für den Montag. Wir müssen natürlich dann immer von Tag zu Tag auch schauen, welche Bereiche waren an den jeweiligen Tagen wichtig, an welchen Marken ist der Markt vielleicht hängen geblieben oder fand im Endeffekt Unterstützung, um dann für den täglichen Handel im Daytrading dann hier auch immer noch so ein bisschen Feintuning im Prinzip zu machen. Und das große Bild, das lege ich mir dann immer zurecht und versuche dann auch nach dieser Analyse grundlegend zu agieren. Schauen wir uns, wie eben schon erwähnt, mal den S&P 500 an. Hier die CFD-Indikation dazu und dazu male ich noch mal das Bild, was ich in den letzten Wochen dann schon immer eingemalt habe. Prinzipiell war es ja so, Moment, also, dass der Markt hier von in etwa Mitte Mai bis Ende Mai so eine Seitwärtszone ausgebaut hatte, ja, mit der oberen Grenze 2738, 39, 40. Das war so diese obere Grenze und dann schaffte der Markt hier den Rutsch nach oben, den Break nach oben. Moment, das sollte jetzt wieder ein Pfeil werden. So, jetzt den Rutsch nach oben hier raus aus diesem Niveau in Richtung 2800. Das war erst mal auch das primäre Ziel. Das hat der Markt nicht ganz geschafft. Fing dann an, hier das erste Mal so ein bisschen Schwäche zu kriegen, baute dann kein neues Hoch aus und dümpelte dann so ein bisschen nach unten. Hatte dann auch in der vergangenen Woche mal diesen wichtigen Bereich hier unten, dieses Ausbruchsniveau nochmals getestet. Das ziehen wir mal nach drüben. Was charttechnisch jetzt erstmal grundlegend fürs Big Picture nichts sonderlich komisches war, sondern eben einfach ja nur, in Anführungsstrichen, nur eine charttechnisch saubere Bewegung war. Denn der Markt kam aufwärts, dann hatten wir diese konsolidierende Seitwärtsphase mit dem Tief hier unten. Der Markt kam nach oben und hat jetzt einfach nur dieses letzte Hoch hier nochmals getestet und ist jetzt erstmal grundlegend aufwärts zendierend unterwegs. Auch wenn das hier etwas komisch aussieht und dieses hin und her charttechnisch erstmal aus aktueller Sicht nicht ganz so sauber ist. Aber das, was ich eben gerade im DAX schon erwähnt hatte, prinzipiell, solange der S&P oberhalb von 2739, je nachdem wie man hier dann auch diese Bereiche einzeichnet, aber solange der Markt hier weiterhin da drüber bleibt, sind wir weiterhin auch für die kommende Woche aufwärts tendierend unterwegs. Und hierfür, das hatten wir auch in der vergangenen Woche in dem Daytrading dann immer. Ich nehme nochmal die Linien alle raus und zeichne das jetzt nochmal für die kommende Woche ein. Grundlegend ist einfach hier auch der 2769er bzw. 70er Bereich grundlegend interessant. Das hatten wir in der vergangenen Woche dann auch immer wieder besprochen. Wenn der Markt jetzt wieder hier rüber kommt und da ist es ja nicht mehr so weit. Wir hatten den Schlusskurs im 2756er Bereich. Also das sind ja gute 10, 12 Punkte, dass der Markt sich wieder nach oben bewegt. Das ist jetzt für den S&P keine Riesenstrecke. Wenn wir hier wieder drüber laufen, dann wird das Bild darüber für den S&P erst mal wieder relativ klar für die Aufwärtsseite interessant. Und auf jeden Fall ist dann hier 2800 als Ziel und dann folgend in etwa 2809 bzw. 2810 interessant. Also diese Bewegung ist hier durchaus realistisch, aber erst, wenn der Markt diesen Bereich nach oben durchschreitet. Solange wir hier drunter bleiben, ist es durchaus denkbar, dass wir hier weiterhin so ein bisschen seitwärts tendierend unterwegs sind. Also hier in diesem Bereich vielleicht so ein bisschen hin und her pendeln. Das bedeutet, dass wir auch hier etwas vorsichtiger sein sollten. Zum einen könnte man es versuchen, je nachdem wie dann auch die täglichen Vorzeichen sind, asiatische Märkte, europäische Märkte, dass man es zum einen klassisch seitwärts Strategie, wenn man hier davon ausgeht, dass dieser Bereich in der unteren Grenze 2739 und in der oberen Grenze 2769 eventuell erst mal eine Seitwärtsphase darstellen könnte. Dann ist es zum einen denkbar, wenn der Markt hochläuft, dass man dann entsprechend hier oben in diesem Bereich schaut, dass man die Abwärtsseite handelt. Erst mal grundlegend in diese untere Grenze und dass man natürlich an dem unteren Punkt dann entsprechend auch schaut, dass man vielleicht die Oberseite handelt. Klassische seitwärts Strategie, das werde ich dann auch so in etwa mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn der Markt dann hier doch dieses Unterstützungsniveau nach unten durchschreitet, dann sollten die Ausrufezeichen noch etwas größer werden, denn wir sehen ja hier diese Seitwärtsphase, die wir hatten, wie ich es eben beschrieben habe im Mai. Dieses hin und her, ähnlich wie es jetzt dann auch laufen könnte hier in diesem oberen Bereich. Wenn wir jetzt hier runter kommen, dann ist erst mal grundlegend der Gedanke, ja, okay, Abwärtsseite interessant, könnte sich auch an einem Tag gut vollziehen, dass wir hier 2720 bzw. 2718, 19 erreichen. Das ist so die Mitte dieser Schiebezone und dass der Markt hier dann auch vielleicht in diese untere Grenze läuft, aber dann sollte hier unten auch wieder die Reaktion kommen. Also etwas tricky im S&P. Viel schöner wäre es, würde ich es finden, wenn wir hier hochlaufen, um dann erneut die Aufwärtsseite in den Fokus zu nehmen oder in den Trading-Fokus zu nehmen. Wenn wir hier in diesen unteren Bereichen rangieren, dann muss man so ein bisschen vorsichtig sein, wie in der vergangenen Woche. Da sind dann eben auch schnelle Richtungswechsel denkbar. Ja, also dass der Markt wirklich mit ein bisschen Momentum nach unten kommt, wie wir es auch in der vergangenen Woche dann hatten. Ja, dass der Markt, Moment, ich zeichne das hier nochmal ein, wo der Markt dann eben wirklich mit Volldampf, wirklich kurzzeitig nach unten drückte, in diesen Unterstützungsbereich reinlief, um dann eben mit Vollgas genauso die Oberseite wieder zu handeln. Und sowas kann man natürlich versuchen dann auszunutzen, aber nicht blind reinkaufen oder nicht blind reinverkaufen, sondern schauen, dass sich eventuelle Trigger hier im Prinzip bieten, dass der Markt wenigstens anfängt auf untergeordneten Zeitebene, dann wenn man hier oben verkaufen möchte, dann wirklich auf einem 5-Minuten-Chart oder so dann anfängt, fallende Hochs und fallende Tiefs auszubauen. Genauso das Ganze hier unten mit dem Kauf. Das sind Bereiche, diese Bereiche, wie wir sehen, die können auch mal schnell nach oben und nach unten durchstoßen werden, um dann aber die Kernbewegung weiter fortzusetzen. Also hier sollte man dann mit solchen Strategien vorsichtig sein. Wie gesagt, S&P oberhalb Long hier in diesen Bereichen so ein bisschen tricky hin und her und da muss man gucken auf kleineren Zeitebenen, wie man handelt. Swing Trading Ideen würde ich jetzt hier erstmal in diesem Bereich nicht nennenswert aufbauen wollen. Lieber erstmal ein bisschen vorsichtig. Kommen wir zum Euro. Der ist ja dann auch, nachdem er erstmal nochmal so ein bisschen Druck nach unten aufgebaut hat am Montag, erstmal so ein bisschen stärker. Dann kam am Dienstag die Schwäche rein, dann kam wieder stärker, dann kam wieder Schwäche. Aber grundlegend haben wir hier erstmal bis zum Mittwoch die Abwärtsseite grundlegend weiter ausgebaut. Wir haben hier den Bereich um die Marke in etwa 1,15 erneut angreifen können, aber nicht nennenswert nach unten durchstoßen können, sondern ab diesem Bereich kam hier dann doch enorm erstmal Stärke wieder auf. Grundlegend der Markt auch in der vergangenen Handelswoche dann erstmal positiver Natur, aber der Bereich, den wir auch in der letzten Trading Woche Analyse angesprochen haben, der Bereich um die Marke in etwa 1,16, der war in der vergangenen Woche sehr, sehr interessant und der bleibt natürlich jetzt dann auch interessant. Wir sehen hier, dass der Markt erstmal drüber gelaufen ist, hier den ersten Sprung drüber, dann diesen Bereich von oben getestet, erneut nach oben, durch diesen Bereich dann mal durch, dann wieder diesen Bereich von unten getestet, nach unten, den Bereich von unten getestet, nach unten, den Bereich von unten. Das ist jetzt hier auf kleinerer Zeitebene, aber der Test kam nochmal, nochmal ein kleiner Schritt nach unten, um dann nach oben zu laufen und jetzt wieder von oben diesen Bereich getestet, um nach oben zu laufen in das nächste Widerstandsniveau und jetzt hier, wir sehen es ja runter und wir sind auf relativ hohem Niveau hier zum Stehen gekommen. Aber der 1,16er Bereich, wir sehen es hier, der war sehr, sehr wichtig. Immer wieder kam hier die entsprechende Reaktion, somit sind solche Bereiche dann auch kriegsentscheidend für die Aufwärts- bzw. Abwärtsseite und dann alles, wie wir es angesprochen hatten, was da drunter war, war eben von der Kerntendenz weiterhin von der Abwärtsseite zu betrachten und wenn wir da drüber waren, dann kernmäßig erstmal von der Aufwärtsseite. Und das haben wir natürlich jetzt auch übergeordnet. Kann es durchaus sein, wir haben hier diesen 1,16er Bereich bzw. diesen 1,17er Bereich. Das ist hier, wir hatten auch im Euro-US-Dollar in der Vergangenheit, das wissen wir, diese obere Grenze war 1,1820, sehr, sehr wichtig. Wir hatten hier auch diverse Spring-Trading-Ideen mal aufgebaut, auch im Day-Trading in dieser Zone hier oben agiert. Untere Grenze 1,1730, obere Grenze 1,1820. Auch davor war 1,1820 immer nochmal wichtig und natürlich auch der untere Bereich. Somit ist es jetzt hier übergeordnet durchaus denkbar, dass der Markt, wir können das auch uns gleich nochmal auf etwas größerer Zeitebene anschauen, dass wir jetzt hier diese Erholung, die wir aktuell aufbauen, die auch aktuell charttechnisch noch sauber läuft, dass diese jetzt weiter nach oben in den Bereichen, diesen unteren Bereich dieser Schiebezone hier reinläuft. Hier wird es dann für den Euro-US-Dollar entscheidend und interessant und auch hier wäre es gegebenenfalls denkbar, mal eine Swing-Trading-Idee aufzubauen in Richtung der Abwärtsseite. Das ist durchaus möglich, denn eine Reaktion sollte hier erstmal, normalerweise sollte das jetzt ein Pfeil werden, so, zack, eine Reaktion hier ist denkbar, ja, ob diese Reaktion nach unten führt und bis wohin sie nach unten führt. Erstmal wissen wir ja, dass der 1,16er-Bereich sehr, sehr wichtig ist und das würde ja auch selbst für eine Swing-Trading-Idee hier schon gar nicht so schlecht sein, wenn der Markt in den 1,16er-Bereich läuft, aber grundlegend ist es eigentlich denkbar, dass auf jeden Fall erstmal 1,16,70 angelaufen wird und dann eben, wenn es klappt, wenn der Markt sich für die Abwärtsseite entscheidet, dann geht es vielleicht grundlegend weiter wieder Richtung 1,15. Das wissen wir hier nicht, aber was eben ganz oft ist und ihr kennt es von meinem Trading, dass hier eben gegebenenfalls, wie gesagt, Reaktion stattfindet und dass diese Reaktion, diese Mindestreaktion wenigstens in die Nähe dieses letzten Widerstandsniveaus, was dann zur Unterstützung wird, dass dieser Bereich, der jetzt hier blau eingezeichnet ist, eigentlich dann auch dafür ausreichen sollte, dass hier das gegebene Risiko, was hier in etwa dann meistens dann so groß ist und wir sehen, dass jetzt dieses Risiko, was ich dann eingehe für solche Swing-Trading-Ideen, in etwa so groß ist wie dieser blaue Pfeil und wenn diese Mindestreaktion stattfindet, dann bedeutet das, dass ich ja dann schon anfangen kann, hier entsprechend meinen Stopp nach unten nachzuziehen und dann idealerweise schon mit dieser Mindestbewegung auf dem Einstiegsniveau liege und dann kann von mir aus alles passieren, entweder der Markt entscheidet sich weiter nach unten oder geht einfach nur in dieses Unterstützungsniveau rein und entscheidet sich dann weiter für die Aufwärtsseite, aber diese Überlegung hier, ob sie richtig ist, wissen wir nicht, wenn sie richtig ist, besteht oft eine sehr, sehr große Chance, dass ich mein Risiko wenigstens etwas reduzieren kann, vielleicht sogar komplett rausnehmen kann aus dem Trade, entwickelt er sich weiter nach unten, dann ist es schön, entwickelt er sich doch kernmäßig weiter nach oben, verliere ich in der Regel dann mit solchen Trades nicht so viel. Das jetzt erstmal auch das übergeordnete Bild, es kann natürlich auch sein, dass wir hier gar nicht weiter nach oben laufen, sondern der EURUS-Dollar jetzt hier anfängt schon wieder schwächer aufzubauen, mal gucken auch, wir fangen ja hier schon in der Nacht um 0 Uhr an, wenn wir dann früh um 8, um 9 an den Rechner kommen, dann müssen wir mal schauen, wo dann hier der EURUS-Dollar zu dieser Zeit dann schon rangiert, rangiert er weiter oben, vielleicht sogar schon über den Vorwochen hoch, dann ist erstmal die Aufwärtsseite logischerweise weiter interessant, auf Weg Richtung 1,1730, sollten wir hier schon wieder auf dem Weg nach unten sein, dann kommt untergeordnet auf kleineren Zeitebenen dieses Unterstützungsniveau der vergangenen Woche hier im Bereich, was ist das, 1,1630 in etwa, wird dann interessant, hier könnte natürlich dann eine Reaktion nach oben stattfinden, aber wenn wir dann hier nach unten laufen, dann ist erstmal auch 1,16 wieder interessant und dann würde ich vielleicht sogar hier auch nochmal Richtung 1,16 auf untergeordneter Zeit eben mit kleinerem Risiko gegebenenfalls handeln, das muss ich mir dann anschauen, aber grundsätzlich sind wir in den letzten zwei Tagen aufwärts tendierend, diese Aufwärtsbewegung könnte sich weiter nach oben erstmal vollziehen, dann haben wir hier einen entscheidenden Bereich, sollte der eben erstmal abprallen, dann kann es wieder runter in entsprechende Unterstützungen gehen, geht es doch relativ stark weiter, wird natürlich hier oben relativ zügig dann die Aufwärtsseite wieder interessant in Richtung 1,1820, aber da sind wir noch nicht und wenn wir hier zwar die letzte Bewegung sehen, die ist natürlich sehr sehr scharf aus dem 1,15er Bereich in den 1,16,17er Bereich im Prinzip 170 Pips, allerdings würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir sofort erneut hier 170 Pips ransetzen, sondern dass hier entsprechende Gegenbewegungen erstmal stattfinden und wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man diese dann eventuell handeln könnte und wie hier auch so grundsätzlich mein Gedanke dann zum Euro ist. Kommen wir zum Gold, gehen wir zum Gold, Moment, da haben wir Gold, Gold, da hatte ich ja ein bisschen Pech in der vergangenen Handelswoche, ich hatte hier eigentlich grundlegend so ein bisschen darauf gesetzt, dass diese angefangene Erholung, die sich hier vollzogen hat, so ein bisschen nach oben weiter fortsetzt und entsprechend dann dieses gemachte Tief vom Freitag der Vorwoche nicht mehr durchschritten wird, sondern dass diese Erholung hier etwas stärker vonstatten geht und idealerweise erstmal in diesen grauen Bereich hier reinläuft. Das hat dann grundsätzlich nicht stattgefunden. Der Markt dann eben, wir sehen es ja hier, weitere Tiefs ganz sauber schartechnisch ausgebaut, hoch, tief, runter, wieder erholt, runter und sind jetzt hier auch am Donnerstag und am Freitag erstmal leicht erholender Natur unterwegs gewesen, aber haben auch nur schartechnisch ganz sauber hier diese alten Tiefs von unten angekratzt. Somit sind wir nach wie vor, ich zeichne es nochmal rot ein, im Gold, klar schartechnisch abwärts tendierend, meine Long-Überlegung, die ich hier kurzzeitig mal hatte, die leider Gottes eben nicht so weit lief, wie ich es gerne gesehen hätte. Diese Aufwärtsbewegung hatte sowieso ein negatives Feedback, dass ich hier merkte, okay, die Aufwärtsseite wird einfach nicht interessant und wir sind hier schartechnisch sehr, sehr sauber eigentlich auf der Abwärtsseite in der vergangenen Handelswoche gelaufen. Somit ist alles unter diesem Tief grundsätzlich vielleicht sogar noch ein Stück weit drüber, also hier der 12,73, 12,73, 50er Bereich, alles was sich da drunter, was da drunter sich abspielt, Moment, zeichne es mal so in etwa ein, das ist so der Bereich hier, alles was da drunter stattfindet, sollte auch weiterhin abwärts tendierend sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier im Gold eben weitere Bewegungstiefs eintreten, wir haben sogar im 12,33er Bereich, das sind nochmal ganz schöne Wege, die zurückgelegt werden könnten auf der Abwärtsseite, da kommt dieses nächste Kernunterstützungsniveau, das können wir uns gleich nochmal für 4 Stunden Start anschauen. Also hier ist grundsätzlich schon noch Luft nach unten. Sollten wir allerdings hier dann über diesen hier eingezeichneten 73,50, 73,60er Bereich laufen, dann könnte sich hier eben anzeigen, dass diese Erholung etwas stärker vonstatten geht. Wir haben dann natürlich hier nochmal dieses alte Tief als Widerstand, aber eingezeichnet, wie wir es sehen hier, 12,80 ist schon nicht so uninteressant. Und dann auch nochmal hier dieser Bereich, wo ich ja schon hier oben davon ausgegangen bin, dass dieser wichtige Bereich nochmal angelaufen werden könnte, so in etwa 1,88, dann ist das natürlich auch nochmal denkbar. Und wenn man sich hier dann wieder diese große, dieses ganz große Bild einzeichnet, also wenn man das als Abwärtsbewegung sieht, jetzt hier vielleicht eine Erholung, vielleicht sogar ein bisschen stärker und dann die Abwärtsseite sich übergeordnet weiter fortsetzt, das ist ja definitiv denkbar. Auf untergeordneter Zeitebene wissen wir hier, dieser gelb eingezeichnete Bereich sollte erstmal entscheidend sein, solange wir uns darunter befinden. Natürlich dann auch entsprechend immer Tageseröffnungen und Vortages, Schlusskurse anschauen, wo rangiert denn da Gold? Aktuell sind wir eher positiv oder plus tendierend oder eher negativ tendierend, somit hier dann weiterhin kernmäßig abwärts sollten wir hier rüber laufen, ist eine etwas stärkere Erholung durchaus denkbar, die man dann auch, ich habe es ja hier schon mal versucht, vielleicht durchaus nochmals auf der Aufwärtsseite versuchen könnte. Aber wie versprochen, wir gucken uns das Ganze nochmal auf den 4-Stunden-Chart an, dann müssen wir sogar auf den Tagesschart gehen. Da sieht man, dass dieses Unterstützungsniveau hier, wo wir herangelaufen sind, 64 in etwa schon wichtig ist, aber hier kommt nicht mehr so viel unterstützender Natur. Das nächste wichtige Niveau, auch noch mehr aus der Vergangenheit, ist einfach wirklich hier so 12.234 in etwa, 33, 34. Das ist so ein Bereich, der kann durchaus angelaufen werden und wie wir es eben eingezeichnet haben, wenn wir uns das hier auf dem Tagesschart dann entsprechend nochmal einzeichnen, dann sind wir jetzt erstmal hier abwärts tendierend unterwegs. Wir können hier eben sauber abwärts laufen und hier gegebenenfalls eben weitere Tiefs ausbauen und dann müssen wir sehen, dass wir hier vielleicht dieses letzte Tief, dieses dann wirklich wichtige richtungsentscheidende Tief uns anschauen, denn wenn man hier den Tagesschart sich anschaut, der für mich persönlich ja natürlich auch interessant ist, aber grundsätzlich, zeichne ich mal kurz ein, grundsätzlich zwar für die Kernrichtung auch interessant ist, aber für State Trading eigentlich schon eigentlich eine Zeiteinheit zu hoch ist. Da sehen wir, dass hier diese letzte Aufwärtsbewegung hier unten gestartet ist und das jetzt hier eben auch für die Abwärtsrichtung weiterhin deswegen ein nicht zu verachtendes Ziel ist, dass dieser Bereich wichtig wird und der Markt eben durchaus auch hier noch hinlaufen kann. Sollte der Markt sich doch hier irgendwo zwischendurch entscheiden, wieder die Aufwärtsseite aufzunehmen, das hatten wir ja jetzt gerade auch schon besprochen, ja, dann werden hier bestimmte wichtige Widerstandsniveaus und da kommt dann hier auf den Tagesschart dann wirklich auch dieser 90er-Bereich, den wir ganz, ganz lange wichtig hatten zum Tragen. Übergeordnet im Tagesschart wird es eigentlich erst ab diesem 90er, 92er-Bereich wird es hier dann wieder interessant, ob sich übergeordnet die Aufwärtsrichtung wieder durchsetzen kann. Das die Gedanken zum Gold und ich hatte euch ja für den heutigen Tag versprochen, dass wir hier nochmal zum WTI switchen und wir sehen, dass sich WTI vom Start der Handelswoche 63,38 bzw. sagen wir grob 63,40 hier wirklich schön nach oben bewegt hat. Am Anfang der Handelswoche erstmal noch mit leichten Konsolidierungsphasen, aber dann zum Ende der Handelswoche hier mit einer sehr, sehr schönen ausgeprägten Aufwärtsbewegung hier erstmal war es so ein bisschen konsolidierend immer wieder stark, dann auch dieses zweifache, dieser zweifache Test hier dieses 64,25er Niveaus und dann hier die Aufwärtsrichtung und dann eskalativ am Freitag mit der Entscheidung der OPEC eben die Förderungsmenge hier dann doch wieder zu erhöhen, führte hier dann dazu, dass sogar der Markt eben stark anstieg in den fast 70er-Bereich, das haben wir jetzt noch nicht ganz erreicht, 69 hier eigentlich mehr das Hoch und jetzt ist es hier erstmal interessant. Interessant ist auch bei so einer eskalativen Bewegung natürlich auch immer und ihr wisst aus der Vergangenheit oder auch von meinen Analysen, dass natürlich solch starke Bewegungen, die hier schon mal auf der Abwärtsseite stattgefunden haben, dann ganz gerne auch im Umkehrschluss auf der Aufwärtsseite eskalativ ausgeprägter Natur abgearbeitet werden, weil einfach hier grundlegend nicht so viel Volumen stattgefunden hat. Wer jetzt hier zum Beispiel zu vertikalen Volumen oder mit Volumenprofil arbeitet, der wird hier in solchen Bereichen eben feststellen, dass gar nicht so viel Volumen stattfindet in der Regel, somit solche großen schnellen Bewegungen dann auch mit schnellen Bewegungen oft zurückerobert werden und der Ausgangspunkt dieser starken Bewegungen hier im WTI war in etwa, in etwa der gut 70-50er-Bereich, das ist dieser Bereich hier. Somit ist dieser Bereich jetzt erstmal charttechnisch zwar auch, wir haben hier eben auch einen wichtigen Bereich, aber auch bedingt dessen, dass hier diese Ausgangslage dieser starken Abwärtsbewegung war, ist es jetzt interessant, wie geht der Markt mit diesem Bereich um? Somit ist es durchaus denkbar, natürlich oder vielleicht, Moment, das sollte jetzt kein Viereck werden, vielleicht mit kleineren Rücksetzern, die hier zum Einstieg genutzt werden könnten, dass der Markt sich erstmal 69-50 anguckt und dann eben knapp über die 70 guckt. Und hier oben über dem 70er-Bereich würde ich persönlich vielleicht, und ich habe es mir schon notiert, dann auch mal wieder mit Achtungszeichen, und da hatten wir heute jetzt in der Analyse ja schon diverse Punkte in den Charts, die da interessant werden könnten, hier würde ich mir mal anschauen, vielleicht auch so ein Zwing-Trade für die Abwärtsseite wieder aufzunehmen, denn hier ist eine etwas stärkere Gegenbewegung, die muss ja nicht bis hier runterführen. Auch für einen Zwing-Trade von meiner Seite muss jetzt hier nicht aus dem 70er-Bereich eine Bewegung hier von 7, 8 Dollar stattfinden, sondern durch diese doch relativ kleine Schwankungsamplitude hier in den Ölen ist hier auch mit einem relativ kleinen Risiko gegebenenfalls eine Handlung möglich. Man muss hier nicht das Risiko bis auf das Hoch hier packen, das ist viel zu weit. Ich würde hier schauen, dass man charttechnisch einen Punkt findet, vielleicht hier dieser Bereich. Das gucke ich mir natürlich dann immer noch mal detailliert an, aber man hat dann hier ein relativ kleines Risiko mit der Chance, wenn der Markt hier wenigstens annähernd so ein bisschen Bewegung nach unten zeigt und hier vielleicht dann auch erstmal so ein bisschen scharfer reagiert. Ja, da muss der Markt hier nicht zwingend bis hier runterlaufen, sondern wir sehen schon hier mit so einer Bewegung, dass wir schon locker ein 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und hier müssen wir dann auch schauen, wie sich der Markt entsprechend hier verhält, wo er zwischenzeitlich dann vielleicht auch nochmal hoch ausbaut. Ja, wenn er jetzt hier am Freitag in diesem Bereich gelaufen ist, ja, nehmen wir wieder Pfeile und dann hier vielleicht so ein bisschen nach unten reagiert, dann markiert sich ja hier schon mal ein erstes Hoch. Dann bewegt sich der Markt vielleicht auf kurzfristigen Zeitebenen hier so ein bisschen seitwärts an, gibt sich hier vielleicht ein Unterstützungsniveau und dann haben wir hier für diese Abwärtsbewegung entsprechende Ziele, Zwischenziele, die man dann eben auch für das Trade-Management nutzen kann. Also hier oben wäre es hier für das WTI mal interessant, vielleicht einen Zwing-Trade auf der Abwärtsseite aufzubauen. Grundsätzlich würde ich erstmal schauen, wenn Brand hier so ein bisschen abgibt und wir haben aus der Vergangenheit hier zwei Bereiche, die erstmal grundsätzlich wichtig waren. Ich ziehe das mal rüber. Das ist zum einen der Bereich hier um die Marke 6730, 6740 und dann haben wir hier unten nochmal so ein unterstützendes Niveau im Bereich um die Marke 66 in etwa. Müsste man dann auch nochmal detailliert gucken. Das wären hier interessante Rückläufer, um den Markt eben von der Aufwärtsseite hierher zu covern, denn ein direkter aggressiver Einstieg, den würde ich jetzt hier auch nicht wagen. Also wenn man jetzt direkt davon ausgeht, dass der Markt hier weiter stark nach oben pusht, das wäre mir zu aggressiv vom Einstieg, dann würde ich den Markt eben lieber ziehen lassen. Dann macht er das eben ohne mich, wenn er hier weiter so stark läuft. Viel interessanter ist, dass der Markt eventuell ein Stück weiter zurückkommt, um mir hier für die Aufwärtsseite gegebenenfalls entsprechende Aufwärts-Setups zu bieten. Wenn er gleich in den oberen Bereichen hier läuft, dann wissen wir, dass wir hier oben dann vielleicht ein Zwing-Trade eingehen können. Aber auch dieser Gedanke wird in den entsprechenden Livestreams von mir dann wieder aufgegriffen. Wir werden darüber sprechen, ob sich hier Setups bieten, wo man idealerweise den Stop hinsetzen könnte, welche Ziele dann interessant werden. Also all das entsprechend dann in den entsprechenden Livestreams täglich. Ich wünsche euch für die kommende Woche erstmal Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns auf jeden Fall dann, wie gesagt, nochmals in den täglichen Livestreams. Bis dahin, Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye-bye und ciao.